1 in Chat, wer Hunger hat. 1 in Chat, aber zweieinhalb geht auf. Press F. Oh, ich hab schon bestellt, Mann. Mensch, was ist da eigentlich? Moin. Guten Tag. Moin. Was, echt jetzt? Hast du das so immer gesagt? Ja, guten Tag, ich hätte gerne einmal ein Big Mac-Menü groß, bitte. Mit ner Cola. Cola dazu? Ja, Cola bitte dazu und ein Premium-Salat. Pommes Mayo, oder? Ja, ja, Pommes Mayo. Ja, wieder zwei Traitor, ihr Los, Mann. Zwei Traitor und drei Unschuldige. Ja, das können wir jetzt auch umstellen. Aber es ist doch gut. Jetzt erst, oder was? Ist doch geil, Alter. Ja, das war doch grad gut. Hallo, wo ist mein Salat? Ach so. Geht das noch ein schneller da vorne? Moin. Wo ist mein Salat? Äh, ja, äh, äh... Hallo? Können wir die zweite Kasse aufmachen? Hallo? Ich bin alleine. Wo ist mein Salat? Wir reichen es langsam, Mann! Wer geht mir mein Zeug einfach? Wer geht mir mein Salat nicht? Wo ist mein Salat, Mann? Da. Hä? Geh mir mein Salat! Das ist... Aua! Ich bin nicht Kevin, hallo! Okay, stopp. Ringer, bist du dumm? Ja, du bist doch auch einer. Hä? Hä? Es gibt auf jeden Fall noch einen Traitor. Ja. Warum ist der jetzt nicht gestorben? War ich zu nah dran? Die Drecksau? Der hätte tot und fallen müssen. Der hat mir mein Salat nicht gegeben und ist nicht gestorben. Ich hab den Thomas kurz in sein Gesicht geschickt. Ich hab den Thomas kurz in sein Gesicht geschickt. Und ist trotzdem nicht gestorben. Scheiß, Alter. Ja, klar. Ja, klar. Ich weiß es. Alle schießen dich einfach tot, Junge. Alle rippen. André? Ja, ich dachte, du wärst es, Mann, weil du hier unten durchgekrochen bist. Warum bist du nicht gestorben, Mann? Ja, weil du an mir vorbeigeschossen hast. Ich... Was?! Ich hab noch nicht an dir vorbeigeschossen, Alter. Der Zug ist an mir vorbeigefahren. Nein, der ist durch dich durchgefahren. Safe. Hundertprozentig ist der durch... Ich glaub, ich war's drüber dran. Das kann sein. Der ist durch dich einfach durchgefahren, du Cheater-Sau. Sag mal! Scheiße, Mann. Gibt's jetzt einen Traitor? Hast du jetzt runtergestellt, André? Nein. Mach mal schnell, komm, mach schnell, mach schnell. Ich mach doch... Ich mach doch schon. 22 Sekunden. Warum tust du so ein Sitter? Habt ihr das Juroblat einfach abgeknallt, oder was? Ja, ich war einfach tot auf einmal. Oh, nice. Wie viel sind wir denn? Fünf? Fünf sind wir. Ich mach doch einen Traitor, einen Detektiv. Gar keinen. Der hat mir doch grad gar nicht. Ein Traitor ist halt echt schwer. Kann... Ich kann nur... Kann nur Prozentzahl eingeben. Jaja. 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 Jawoll. Boah, Alter. Vier Unschuldige. Wer das jetzt schafft... Erstmal... Erstmal schon aufs Klo hier. Ey, wieso finde ich seit zwei Runden keine Shotgun, Alter? Weil ich die schon geklaut hab. Sascha? Hi Zero, was geht? Und dann lass ich's. Mh... Nee. Hallo. Ich bin ja gar nicht Traitor, sorry. Ich wollt grad C drücken, ey. Ach du bist das, der die ganze Zeit so macht? Scheiß, jetzt haben wir keinen Detektiv mehr, der uns hier raushilft aus dieser misslichen Nage, ne? Ja, wir haben ja schon vier Unschuldige, die zusammenarbeiten können. Jaja, dann mach das doch mal jetzt. Okay, ich mach das. Ja, wieso sollen wir das machen? Bist du Traitor? Ne, ich find's nicht. So, irgendjemand hat geschossen. Ich will nur die McDrive bestellen was annehmen können hier. Echt? Warte, ich möchte McDrive fahren. Lass mal Roleplay machen. Okay. Ne, lass mal Roleplay machen. Also ich wähle jetzt für McDrive Roleplay. Ihre Bestellung bei McSchmutz. Warte, ich komm. Ein Macis. Warum ist denn hier ein McDrive, Alter? Ein Macis, bitte. Einmal ein Macis. Fenster 1, bitte. Fenster 2. Ja, ich bin hier. Fenster 1 musst du aber hier bezahlen. Ja, ja, warte, 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 warte. Ich bin Auto. Wo ist, wo ist der? Wo ist? Ist jemand an der Annahmestelle? Hier ist die Annahmestelle. Ist jemand da? Ich bin... Wo seid ihr? Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich bin der Typ, der die Bestellung aufnimmt. Das passt fester. Geht mal nach draußen. Nein, nein, nein. Ich bin der Typ, der die Bestellung aufnimmt. Okay. Warte, 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 stopp. Hier hat jemand C4 platziert. Hier ist C4. Raus hier. Weg, Alter, weg. Wir müssen es disarmen. Welcher? Welcher? Der rote, gelbe oder blaue oder weiße oder grün? Alter, mach das nicht einfach so. Ich mach den weißen. Boah! Hat's geklappt? Ja. Ich hab's... Ich hab's ins... Alter, ich hab's entschärft, Junge. Okay. Macer ist sowas von Ripp, der ist richtig traurig. Zero, der Traitor ist. Ey, im Scheiß bin ich. Zero ist Traitor. Im Scheiß bin ich. Hallo, ich arbeite hier. Zero war in der Kasse vorhin. Ich hab's genau gesehen. Jo, Macer ist richtig... Freischuss. Macer ist richtig traurig, als ich grad seinen C4 installiert hab, ey. Was laberst du? Das war sowas von Major oder so. Ich wusste nicht mal, dass man da sowas machen kann. Wo ist der? Zero? Das ist so billig, Alter. Hier ist er. Warte mal, warte mal, stopp, stopp, stopp. Hey, hey, irgendwas schießt. Wer oft damit? Ja. Siehst du? Hä, er war's nicht. Hä? Wieso knallst du den einfach ab? Ja, er war in der Kasse vorhin und da lag die Bombe. Ach so! Kevin Sascha oder nicht? Hey, warum du nicht? Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ja, weil ich grad nicht den C4 abgeknallt hab. Ja, ich aber. Okay, Sascha, geh in die Ecke. Ich halt mich hier raus. Nein, nein, warte mal, nein, 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 nein. Der Sascha... Der Sascha ist es nicht. Er will's klären, Mann. Der ist es nicht, Junge. Ach so, okay. Der ist... Okay, okay. Nein, der ist es nicht. Der ist es nicht, Alter. Er hat sich auch schon in die stille Ecke gesetzt. Ich bin mir sicher, dass das nicht ist. Wir nehmen den Zero mit. Warte, 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 warte. Ich glaub halt Kevin, aber ich kann er... Nee, nee, nee. Also warte mal, ich bin's auf jeden Fall nicht. Das hab ich jetzt mal so entschieden kurz. Also Kevin hat die Bombe des Arm, ne? Ich hab die Bombe des Arm, das heißt aber gar nichts. Ich könnte das auch als Traitor machen. Ja gut, dass du das jetzt sagst. Ja, vielleicht... Wenn du innocent bist, musst du André töten. Und umgekehrt auch so. Weil ich bin's nicht, hundertprozentig nicht. Okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, 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 ja. Aber ich... Komm her. Mir ist ja klar, dass ich es nicht bin. Kevin ist es auch nicht. Einer von euch beiden muss es sein. Warum ist es klar, dass du es nicht bist? Mir ist es klar, dass ich es nicht bin. Bei demjenigen, wo unten links steht, bei demjenigen, wo unten links steht, wenn es bei dir gerade unten links steht, ist André Traitor. Ja, aber du kannst für mich auch... Ja, aber du kannst für mich auch Traitor sein. Kevin kann's auch sein. Glauben. Ne, Alter. Glauben wir einfach mal. Ne, so im Schwachsinn mach ich nicht mit, Mann. Dann ist... Ich hab ne Idee. Ich hab ne richtig geile Idee. André oder André. Major und André, komm mal her. Komm mal her. Ich weiß es ja für mich. Ihr müsst... Ihr müsst euch nicht abschießen. Ihr müsst ja nicht abschießen. Ich hab ne Idee. Wir warten. Wir sitzen das aus. Komm mit. Komm mal nach draußen, bitte. Komm mal bitte nach draußen. Wir werden euch nicht explodieren. Ich werfe meine Waffen weg. Ja, ich würde jetzt halt nicht alle in diese... Nein, nein, nein. Nur die beiden. Nur die beiden. Komm her. Ja, und dann ein Jihad-Bombo oder was? Nein, nein, nein. Ich... Pass mal auf jetzt hier. Der fährt da gleich nen Zug rein oder so. Ist echt so. Ja, und was passiert jetzt, Kevin? Ja, warte. Wir haben jetzt... Geht da rein. Geht da rein. André und Major geht da rein. André und Major geht jetzt da rein. Geht jetzt da rein. Das ist der C4. Läuft in einer Minute ab. Dann sterben ihr beide gleichzeitig. Geht da rein. Warum du nicht? Nein. Kevin und ich sind's nicht. Einer von euch beiden muss es sein. Okay, ich komm mit rein. Ich komm mit rein. Ich versteh die Logik aber nicht, was ihr davor habt. Ich komm mit rein. Achtung, Achtung. Geht da nicht so nah hin, Kevin. Ich versteh die Logik nicht, Leute. Alter. Kevin ist es. Hä? Du schießt grad auf mich, du dreckiger Wichser. Ja, Kevin ist es. Kevin ist es. Okay, Unhold war's. André, komm. Nein, ich bin's nicht. Kevin ist es. Ihr beide macht das. Jeder, dem ihr zu nah kommt, töte ich. Unhold war's. Ganz klar. Ja, dann töte euch doch. Ja, ich töte den Unhold jetzt auch. Du bist so ein schlechter Lügner. Weil du's bist, Alter. Ne, Unhold. Ich hab halt Kevin getötet, weil er die ganze Zeit C4 wollte. Du bist sicher Lügner. Ja, Unhold ist es, Sascha. Safe. Der schießt auch auf mich. Ja, würd ich auch. Alter, ich hab Kevin getötet, weil der wollte, dass ich einfach sterbe. Hä? Das ergibt halt null Sinn. Ja, genau. Das, was du grad sagen wolltest, gibt gar keinen Sinn. Deshalb musst du's sein. André, du bist noch in diesem Kasten drin, ne? Ungefänt. Um. Üfff. Fertig. fill U. Fertig. Wann? Du bist das schon? Du bist ein schon. Um, ein bisschen. Du bist das Arscher. hat es gerade wehgetein, als es runtergefallen ist? ja kann nur so ein schmutzgebäck sein alter secher, du machst Zeitspiel, alter hey, bitte, was, ihr habt es gesucht, alter es ist so unfassbar, wie ihr euch immer perfekt ausentwickelt seid aber so perfekt ihr standet gerade übereinander einfach und dann geht Sascha um die Ecke in dem Moment ich fand, Sascha, ich war zwar Traitor, diese Logik von dir war trotzdem scheiße du sagst zu mir, vertraue mir einfach, obwohl du einen getötet hast, hä? es ergibt halt keinen Sinn aber ich, für mich weiß es ja in dem Augenblick und darum muss ich ja irgendwas sagen ja, das weiß ich ja, darum probiere ich nicht zu überzeugen mein Plan war der beste, alter aber das geht ja gar nicht warum habt ihr mir nicht vertraut? der war mega, alter ich fand halt beide Pläne so scheiße es gibt halt keinen Sinn, so weißt du es gibt keine Schlussfolgerung iiii, alter hier ist ja voll das Piss-Dinge, alter ja, hast du das C4 denn da gedroppt oder was? ja ok krass, ich hab eigentlich 0 gesehen tu mir leid, 0 ne, auch sinnlos, dass man das C4 entschärfen kann und dann einfach wieder neu arm ist auch geil, ey ok, jetzt, jetzt, bitte ich bin der Bestellenannahmetyp ja, ihr könnt gerne drive in gehen Kevin ist so aufgeregt irgendwie, ne? ja, ja, ich bin wieder aufgeregt ich zitter, Junge also, ist jemand Auto? ich bin... ne, ich bin an der Wahrheit sag mir jemand, wenn der da am Pol steht für die Bestellung sind wir bereit seid ihr ready? ja nie, nie, nie nie, nie nie, nie schönen guten Tag, herzlich willkommen bei McDonnells ihre Bestellung bitte ja, hallo, ich hätte gerne einmal, äh, den Big Mac Menü einmal Big Mac Menü? ja, darf es sonst noch was sein? den oder das? ähm, habt ihr auch einen Whopper? ok, Kevin, habt ihr einen Whopper? habt ihr einen Whopper? Whopper haben wir auch, ja ok, dann einmal Whopper mit extra viel Mario Mama, stell doch doch alles klar Whopper, Big Mac, äh, extra viel Mario ok, alles klar genau das hört sich halt auch egal an wie McDrive, ne? ja das wär sonst noch was? sonst noch ein Wunsch? also ein Whopper, ein McDrive, äh, ein, 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 ein Big Mac, extra Mario alles klar zweites Fenster bitte hier ist die Warenausgabe ich würde so gern schicken aber ich kann's nicht schnauern ey, das wäre jetzt richtig nice gewesen, ne? ne, ich kann's, ich kann nicht Zero-Zwei mal einfach so killen das war einfach so ein Kopfschuss ich war kurz auf ok, wo ist denn der Manger, Alter? ganz normal am Stadion was ist das mit einer Pistole, Alter? Alter, was ist das mit einer Pistole? ey Kevin ey, jo, was geht? kann ich dir vertrauen? alter nö also dem gesicht... oh, nice Kevin, wie hast du das gemacht, Kevin? so, hallo, hallo ne, das ist ein, ein Programm, ist das hey, ich dachte, du hast mit einer Stimme gemacht ey, Leute, was geht ab, Alter? alter 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 ja, da war ein bisschen musikalisch unterwegs haben wir eine sehr fetten Darmusgern schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid das ist wieder Wahnsinn, was hier wieder passiert aber ein Umfassbar ok das wäre jetzt weniger cool, aber... ach, ok, sorry warte mal, Andre, hast du grad... hast du grad nen Jetpack benutzt? ja er hat ja gesagt ja ja das war wohl kein Ja ich hab's gehört toll er hat ja gesagt, ich hab ihn erschossen ah, ist er tot? ja, er war... er war's nicht das ist ein Jetpack hä, der hat doch keinen Sinn gib mir sein Jetpack also, ich bin erst mal in die... erst mal in die Ecke da gib mir sein Jetpack ich will ihm alleine sein also, ich hab ihn grad erschossen weil er hat gesagt ja ja, hallo, hallo du gehst auch direkt drauf ein, ne? ja, weil der... nein, er... ich habe gesehen, wie er ganz langsam den LKW runtergeglittet ist so quasi von ganz oben hä? ich hab nichts gemacht Leute, ich hab nichts ich hab'n Scheiß gemacht ne, Zero hat sich grad im Kreis gedreht ne, Zero hat sich grad im Kreis gedreht der Sascha ist es echt der hat sich grad im Kreis gedreht das ist doch sowas von Fake, Alter warte 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 ich bins ich.. ich bins, ich habe noch 5 AP also ich.. ich binz Wow... Was ist jetzt da los, Alter? was passiert da drin? Okay, warte mal Was ist das denn los? Der TV-Spieler der Welt. Okay, du bist es. Hey, der bleibt da drinnen im Käfig. Geh zurück, geh zurück in den Käfig. Hey, was geht denn? HEEEEE! Ich find ihn auf den Arm, Alter! Ich hab keine Muttiere. Oh nein hier schwutzduellhanden, ey. Wir sind so hartum, das ist unglaublich! Junge, was am Ende? Naja, das war genau dasselbe Toreils-Kreis wie bei mir! Was ist das? Was machst du denn da in der Mülltonnecke? Ich wollte einfach die Stimmung ein bisschen aufheizen. Ja, nice, Alter. Geiler Typ, ey. Dann tötest du mich ein bisschen in derselben Situation wie ich. Ja, ich guck so, ne? Der Zero hat halt nichts getan. Ich hab auch wirklich nichts gemacht. Wir haben uns selber zerstört, Leute. Ja, Sascha, du weißt schon, wie das Spiel funktioniert, oder? Ich wollt nur ein bisschen... Ich wollt bestimmt wissen, Alter. Ich dachte, du hast den Jetpack benutzt. Ja, klar, hab ich den benutzt. Ja, du hast Ja gesagt, André. Du musst aufpassen, was du sagst. Wenn du Ja sagst, wenn du mir so... Ja, ja, warum sagst du denn nicht einfach Nein? Ja, das kannst du jetzt selber nicht beantworten, ne? Das war auch voll dumm, die Frage zu stellen. Ja, wenn du Ja sagst, dann kann ich ja nichts dafür. Das war ja eine Innozenz. Ihr wisst schon, das Spiel funktioniert so, dass wir gegen den Traitor spielen und nicht einfach sich aufpassen. Das ist vollkommen richtig, ja. Der eine sagt zu Jetpack, ja, hab ich benutzt. Oh, gut. Der andere steht einfach random irgendwo. und beschuldigt einen, obwohl er nichts getan hat. Und verwirrt noch mehr. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Ich bin wahnsinnig, ich bin wahnsinnig geworden, leider. Wollen wir nochmal McDrive spielen? Ja, das fett ist der aber, ey. Ich würde nochmal McDrive spielen. Ich würde die Warenausgabe jetzt durchziehen. Ja, lass uns McDrive spielen, okay. Okay, wer ist der Fahrer? Wer ist Auto? Ich bin nicht mehr Auto. Major willst du Auto spielen? Ja, das stimmt. Komm Major, spiel Auto. Okay, ich geb die Bestellung auf, okay? Okay, ich komm. Nee, ich bestell, okay? Hä, wer bestellt denn jetzt? Ich. Wo fängt man denn an? Hier ist zwei. Am zweiten Fernseher. Nein, ich bin am Schalt, Dings bin ich. André, du kannst mit dem Dings gehen. André geht da weg. Hier hin, hier hin. Wer bestellt denn jetzt? Ich doch hier. Achso, okay. Na gut, dann bestellst du. Jo. Wer nimmt die Bestellung an? Als ob jemand so bestellt. Jo. Wer nimmt die Bestellung an? Der Tor oder nicht? Nein, André. André nimmt an. Okay, dann bestell. Jo. André muss doch erstmal, André muss doch erstmal, nein, wir sind am Schalter, Junge. Was so? Kevin, das geht mir gerade echt auf den Sack da. Okay, dann mach ich die Bestellung. Ja, mach du mal, Diga. Okay, ich bin am Schalter. Ich hasse euch. André. Ja? Du musst doch annehmen. Matcha. Nee, willst du machen Curry doch? Hey, niemand ist mit dem Drive, alles ist leer. Ich bestelle. Achso, heftig willkommen bei McDonalds. Bestellung bitte. Ja gut, Schach, ich hätte gerne einmal das Happy Meal mit dreimal Spielzeug. Mit dreimal Spielzeug? Mit dreimal Spielzeug bitte. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Dann, ein Chili-Cheeseburger. Ein Chili-Cheeseburger? Und einen richtig geilen Vanillemilchshake. Boah! Ohne Menü, ja. Hier steht doch gar keiner. Ohne Menü, einfach so. Und Vanillemilchshake, ja. Das macht dann 12,40 Euro am ersten Fenster. Okay, erstes Fenster. Okay, ich komme. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hä? Warum hast du den erschossen? Sascha versteht das Spiel nicht, Mann. So ein Lobob, Alter. Das war Kevin, der gerade zur Warenausgabe fährt. Ja, aber warte mal. Ja, aber warum hast du mich dann, hättest du mich dann erschossen? Ja, natürlich. Das ist doch die Warenausgabe hier. Junge, wir spielen Trouble in Terroristown und nicht einfach in Lust um Augen zu knallen. Ja, wir haben, wir haben gerade McDrive gespielt. Ja, aber das ist doch, hör doch dazu. Da kann ja der Trailer eingreifen, wenn er möchte. Okay, wer möchte? Ich, ich, dann mach ich nochmal das Fenster. Komm. Noch einmal Bestellung. Nee. Doch. Komm bitte. Dann André oder so. Ja, ich, ja, ich fahr schon. Was machen wir überhaupt? Ups. Ja, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei McDonalds. Ja, ja, ein Cheesy. Ein Cheeseburger ohne Menü? Ja, das war's. Ja, ja. Hä, es gibt kein Menü mit Cheeseburger. Macht 1,30. Doch, gibt's wohl. Sascha hört sich gerade so an, als ob wir gerade ein... Dankeschön. Vielleicht erfahren Sie bitte zum nächsten Fenster. Schönen Tag. Ihre Bestellung bitte. Das macht 12 Euro. Nee, ich... Hä? Alter, du bist so ein Wichser, ne? Richtig. Hammer ohne. Du bist so ein kleiner Bastard. Vor allem, ich hab das Geld da schon angenommen. Und du musst ihm bloß das Geld nix des... Dinge geben, Mann. Ach so. Junge, weg mal. Ich hab da alles so schön vorbereitet, weißt du. Sascha hat's auch gegen mich, ey. Ja, er ist komplett unter... Er ist gerade unter... Der steht unter Stress oder Schmerzen oder so. Irgendwie ist da was ganz Falsches, glaube ich. Bisschen die Flaschen. Junge, ich hab's schon für ihn vorbereitet. Ich wollte gerade André mit dem Bumerang wegflexen, weißt du. Und dann kommst du zum zweiten Fenster und dann wollte ich dir den Headshot geben. Och Mann, ey. Okay, wir haben jetzt noch zwei Runden. Das heißt, wir haben noch zwei Chancen für vernünftige Runden. Bitte nicht. Also, ich bin das Auto. Oh nein. Nein. Aua. Okay, komm. Nochmal ernsthaft jetzt. Hier, komm. Auf geht's. Das gibt's doch wohl nicht, Alter. Das gibt's doch wohl. Oh, innocent. Auf geht's. Hä? Alle tot. Guten Tag und herzlich willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung bitte. Ich bin das Auto. Hier ist ja gar keiner. Ey, wir haben wirklich gut angefangen die Runde hier eigentlich. Also, war ganz nice. Aber jetzt. Hä? Was war das für ein Schrei? Aha. Wer war die letzte Person? Was ist passiert? Irgendeiner. Entweder ist gerade jemand auf dem Dach. Jemand hat gerade ein Baby geschossen. Okay. Sascha wurde gerade mit dem Baby erschossen. Weggeknallt. Arnold? Hm. Ich habe das Baby sichergestellt. Wo ist es denn? Na nicht ganz. Ja, das sag ich dir nicht. Das ist hier hinterm Auto. Der liegt hier. Der Major ist mit mir im Kühlraum. Wo kam der her? Ich vermute eher, dass einer auf dem Dach war. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich fühle mich nicht wohl hier zwischen euch. Versteck mich jetzt mit Sascha. Ist mir egal. Ich bin dabei. Curry? Der hat mich versteckt. Okay. Hallo. Hallo. Sascha? Ah! Du. Unold hätte mich gerade im Kühlraum abknallen können. Ja, Zero hätte mich aber auch abknallen können. Hat der nicht. Deswegen bleibe ich auch bei dem. Was ist mit Sascha? Der Sascha ist tot. Sascha ist tot. Der ist aber bei uns. Der ist bei uns. Alles gut. Wir sind gerade alle halt neben einander. Ja, ich geh jetzt weg. Ich nehm Sascha mit. Ja, ich bleib bei Unold, weil der wie gesagt mich abknallt. Also wenn der Trader so ein richtiger Ehrentrader wäre, dann würde er jetzt einen Defibrillator einfach raushauen. Und dann? Dann können wir Sascha wieder überleben. Nein. Guck mal. Guck mal wie er hier liegt. Das ist nicht gemütlich, Leute. Was willst du da Unold? Oh shit. Jetzt bin ich gefährdet. Ich bin gefährdet. Gefährlich. Oh. Gefährdet. Was war das? Gefährlich. Das war eine Diskumulator-Granate. Nicht so gefährlich. Man fliegt halt weg. Also ich möchte bitte, dass mir keiner hinterher läuft, bitte. Darf ich vielleicht für Sascha zuständig sein? Nein, 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 nein. Ich bin mir bei dir nicht sicher, was du mit der Leiche machst. Ne, wie willst du den wiederbeleben? Ja, was wäre denn daran so gefährlich? Für mich? Hä? Hä? Stimmt. Stimmt. Es gibt ja nur einen Traitor, ne? Das ist doof. Ja, aber selbst wenn, er war ja... Ich bin bei Unold, weil, wie gesagt, der Unold... Hast du dir die Klosi immer angeguckt, Junge? Ich glaube, er wollte sie haben, weil er sie wiederbeleben wollte und Sascha wieder töten wollte. Nochmal. Hey! Major ist es... Hä? Zero ist es... Hey! Major ist es sowas von, er hat mich auf dem Dach erwischt. Zero ist gerade hochgeflogen mit dem Jetpack. 100%... Nee, im Bullshit. Du bist so 100% Major, Leute. Hey! Wer kann failen, wenn man mit Jetpack rumfliegt? Wer kann nur failen? Zero ist halt sowas von fail. Wo ist der? Der schießt auf mich, Alter! Ich weiß nicht, was hier passiert. Ja, ich schieß auf dich, weil du es bist. Egal. Weil du es bist. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Das ist mir egal. Dann ist es deine Schuld, wenn du jetzt stirbst. Pfff! Erteil dir den. Warte! Ja, hör mal auf Zero, das ergibt keinen Sinn so. Aber sowas war mal... Hey, was ist da los, Alter? Oh du Pfinnung! Hast du ihn fliegen sehen, oder was? Hast du ihn fliegen sehen, oder was hast du gesehen? Ja, ich hab gesehen, wie er auf mich geschossen hat. Und ich bin überhaupt. Alter, wie schlecht ist die Silenced M4, Mann? Oh Gott, ey. Leute, ey. Kann ich noch mal Traitor sein, bitte? Die Map ist ein bisschen klein, das ist das Problem. Die Map ist halt scheiße. Ihr wählt halt heute nur scheiß-Maps, Mann. Ich wusste gar nicht, wie die aussieht, Mann. Ich wollt grad sagen. Rooftops, Leute, wir kennen es doch. Ja, dann lasst du da nochmal Rooftops, komm. Ciao. Ja, chill doch mal. Okay, keine Rooftops. Okay, alle tun. Dann musst du auch mal neue Sachen probieren. Ja, alle tun. Wir machen jetzt auch mal was Neues. Wir brauchen einen Tapetenwechsel. Wenn ich jetzt Traitor bin, mach ich Auto. Boah, wenn ich jetzt nochmal Traitor bin, ne? Das wär so nice. Jetpack. Jetpack kaufen. Wartet, wartet, wartet. Gefährlich. Oh, man. Kevin, bist du jetzt Auto? Okay, Major ist auf jeden Fall safe, nicht Traitor. Sonst hätte er sich nicht so aufgeregt. Er hat nur geflüstert, Mann. Ich bleib bei dir, Mann. Du bist es nicht. Du bist es. Nein, ich bin es nicht. Vertrau mir, ich bin dein Paderwan, Mann. Er hat gesagt, dann würde er Auto machen. Macht er jetzt Auto nehmen? Ja, ich mach kein Auto. Aber er macht Auge. Glaub mir, psch, 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 nicht bewegen. Hä, wer ist da unten? Was machen die zwei in dem Truck da eigentlich? Hä, wir sind in keinem Truck. Boah, weißt du, dass wir in dem Truck sind? Zwei sind in dem Truck. Boah, willst du das wissen? Guck mal, die Schatten unten durch das... Ne, die Schatten... Guck mal hier, wenn man von dir drauf guckt. Die Schatten... Einer ist auf dem Lab, wer sitzt. André, was willst du von uns? Warum sehe ich die Schatten auf? Was macht ihr in dem Truck? Ja, wir sind halt jetzt. Das ist jetzt unser Base. Unsere Base, Mann. Ey, ey, ey. Warte mal, André, André, schieß damit. Schieß damit. Hi. Schieß mit dieser Pistole. Einfach auf ihn in die Luft. Okay. Aber der hat geöffnet, ist ganz geil. Ja, warum hat er die gerade gesquit... Warum hat er die gerade geswitcht? Ich verstehe es nicht. Wollen wir uns sagen, wer es ist? Wer ist es? Zero. Bullshit! Und warum? Wie kann das sein? Wo ist die Mister? Der Zero hat gerade... Weil ich auch Seiner bin. Nichts getan. Puh. Da muss das sein. Leute, tötet ihn. Ah. Irgendwann will der Trader eine Runde haben und sich denken, Alter, jetzt räum ich auf. Alter, es gibt gerade Winnie-Pooh-Spielzeug beim Happy Meal, Junge. Was? Echt jetzt? Winnie-Pooh-Spielzeug. Nee. Nein. Es ist einfach krasseste Woche bei Mac. Was machst du dann in der Ecke? Tronopoli und Winnie-Pooh. Was macht der da in der Ecke? Zero! Hä, was? Guckst du wieder, Zero? Guck dir gegen die Müllhalde. Zero? Hä? Ja, hallo. Hallo, ich bin hier müde. André? Ich mach hier nichts. Ich bin nur zu McDonalds. Ey, nichts müde. Du musst jetzt aufpassen, André Mann. Ja. Major Luma auf dem Dach herum, Alter. Ja, das macht er die ganze Zeit, wenn er unentdeckt bleiben möchte. Ich weiß genau, was er vorhat. Ich hab's im Blick. Ja, ich dachte, ich bin innocent. Nein, du bist jetzt Traitor. Ach stimmt, du warst ja innocent. Ja. Stimmt, du bist es wirklich nicht. Was ist passiert? Ich hab einen Schuss gehört. Ja, hab ich auch gehört. Aber dann muss es Sascha sein. Ja, auch gehört. Ich hab einen Schuss gehört. Ja, weil... Weil der einste... Was? Wie, André ist tot. André ist tot. Der liegt hier tot. Ernsthaft? Ich stehe nicht. Ja, womit wurde er getötet? Womit wurde er getötet? Warte. Äh, wo steht das? Wer steht das da nicht bei? Der Rifle. Mit ner Sniper. Sniper, ja. Okay, ich hab hier so ein fettes... irgendwie. Mit ner Sniper also. Was hast du, Kevin? Ich hab keine Sniper. Ah. Dann hat dann irgendwer die Waffe... Zero. Warte mal, aber warte mal. Hallo, ich hab hier doch keine Sniper. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, die Leiche liegt hier dann... Die Leiche liegt hier dann... Die Leiche liegt hier daneben, liegt ne Sniper. Wie offensichtlich ist das denn? Also irgendeiner hat ihn komplett... Acht mal, darf... Acht mal, darf die, ähm, auf die Munition. Auch dann auch den Schuss drin sind. Zehn von zwanzig. Dann kann sie sie nicht gewinnen sein. Ne, jetzt kann sie nicht gewinnen sein. Ist richtig. Zero. So? Na ja. Okay, warte mal, ist das hier... Ich spielst du normalerweise immer so mit dieser... Ne, Gap oder so? Zehn von zehn, ich hab die Mördersniper. Hier, aus dieser Ecke... Aus dieser Ecke wurde er grad erschossen. Da war Major vorhin die ganze Zeit in der Ecke. Ja, ich hab den bestätigt... Aber der war... Aber der war bei dem Zeitpunkt oben auf dem Dach, das stimmt. Ich war auch mit Major auf dem Dach. Ist das so? Ich hab dich nicht gesehen. Ja, ich war aber auch auf dem Dach, als der Schuss gefallen ist. Hab ich auch nicht gesehen, eigentlich war ich da. Dann war ich die leider hochgekern gerade. Oh, da fängt's schon an. Da fängt's schon an, Kevin. Ja? Ja, ich bin's nicht. Da bricht das Lügen-Konstrukt. Nein, 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 Sascha, Sascha. Ich glaube eher, dass es Sascha ist, weil... Es kam der Schuss und sofort kam von ihm... Oh! Ja, weil ich das gehört habe, Alter. Ja, aber wir... Ja, wir haben's auch gehört. Ich bin auch nicht ausgerastet. Oh. Spass. Äh, 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 äh. Der Müllhalden, Mann. Nein, der Major ist es nicht. Die Sniper liegt hier hinten, der kann's gar nicht sein. Also... Da muss es... Aber... Ja, ich bin's nicht... Warte mal, Sascha, Sascha, hör mal zu, Sascha, hör mal zu. Ich frag gar nichts, bitte, okay? Okay. Weil, Kevin, ich war ja oben. Ihr bestätigt alle, dass ich innocent bin, ne? Ja. Das ist richtig. So, Kevin... Du siehst ja, der macht richtig mit und so, hat die Mörderwaffe gefunden. Knallt... Ihr müsst... Geht mal in die Ecke und... Aber diese Logik hast du gerade bei mir... Jetzt willst du das machen, was wir vorhin mit dir waren. Pass auf. Also, du bist safe, glaub ich dir. Aber bei den anderen beiden... Ja, aber bei deiner, als du das auch gesagt hast, ne? Ja. Da war halt halt nicht bewiesen, dass du safe bist für mich. Aber für dich bin ich jetzt auch safe, oder nicht? Ich war doch oben. Du hast gesehen. Genau, genau. Aber Kevin ist ja nicht safe. Ja, Kevin ist halt safe in der Hinsicht, dass er halt diese Mörderwaffe gefunden hat. Ja, wow. Dann ist er auf jeden Fall safe, oder? Wobei, warte mal. Aber guck mal, wo ich herkam, das hat gar keinen Sinn. Guck mal. Ich hab den Schuss... Also, Sascha hat den Schuss gehört. Du warst viel eher bei der Leiche als ich... Hä? Hä? Was war's denn jetzt, Mann? Also, Major... Also, Major... Also, Major... Irgendeiner von uns... Also, wir können's nicht... Hast du gerade Au gehört? Au? Ja. Zero? Hä? Zero war's. Ich hab... Ich hab nicht's gehört. Major hat nicht geschossen. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Ich hab mich gehört. Thrillerpistole da geschossen. Das ist doch jetzt hier psychologisch. Okay, Zero, warte mal, warte mal. Zero, Zero, komm mal her. Komm mal her. Komm gerne her, komm. Also, drop alle deine Waffen. Pistole, alles. Alles, was du hast. Hä? Nein, ich wollte grad mit dem... LOL! Sascha, du ekelhafte Sau! Oh, schade. Ich hab Zero verfliegt mit dem Ding. Ach komm, Alter. Ihr müsst auf die Zeit achten gerade. Spartan... Ja, ich hab grad überhaupt nicht drauf geachtet. Ich wollte diesen Spartan-Kick machen. Ich bin grad zu Kevin gelaufen. Spartan-Kick. Boah. Weil Zero die Waffe weggeworfen hat. Das klickt dann so. Ach, scheiße, Mann. Schade. Es wär so schön gewesen. SDR 2020 Jigs Isn advertising, Ich wenn ich jetzt den Ballen Ende 그대로 auf einmal beahein sind. Nummer 2 und Nummer 3.